Servus Player! Ups... Willkommen zu einer neuen unserer ETS Wie wir beim letzten Mal erwähnt war gesagt war ausgemacht Wir machen eine kleine Tour mit dem neuen Trailer Hier sieht man ein gutes Stück Jetzt schauen wir mal um die Kurve Dann können wir das gutes Stück von außen betrachten Obwohl das ist ein schönseitiger Auftrag Also schnell werden können wir das nicht machen Aber oh Gott so haut unser Gespann aus mit den beliebten Wolfhogen der Wolfhogen das gerne sind meine Elefanten LKBs die ich mega gerne fahre Wir leben in NG und was du versuchst da sagen wir Mackie-Jogos und so also ich muss alle teilen aber die zwei sind ja relativ aktuell so so der so 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 Vielleicht können die Autobahn hier noch gar nicht, also Fußumbau könnte sie sagen, aber jetzt nach dem Umbau aufrüsten. Wer da jetzt mit dem schwisseren LKW, der gibt ja sowohl 300. So, 360 PS-Mateauschen fertig nimmt. Das ist bloß einerseits ein Berg, massive Probleme. Was denkt ihr, wie der Fernverkehr in Zukunft getreut ist? Eineseits, ich denke es mal für die Autonomen, aber auch immer noch an der Arbeit. Also mit der Schauer, der denkt es an. Weil ich denke, eine autonome Wahrweise, da müssen die Länder an einen Schrank ziehen. Und das tun sie im Moment nicht. Ich denke, dass auch diese Fahrerei, die wir noch heute kennen, wird noch länger beschehen. Das meint ihr dazu. So. Reisedempo aber recht. Ein bisschen drüber sogar. Und hinten kommt nichts. Dann kann man auch nicht überbeißen. Ich darf die Daft-Fahrer gerade. Daft gefällt mir auch über älteren Sachen. Aber halt. Nichts geht über meinen Scania und Neuro. Bei dem PS-Zahl. Jetzt steht er da, wie sie wollen. Ist ja auch neu. Denk mal. Ja, Mei. Ich habe gemerkt, dass sich das auch geändert hat, wenn man früher wieder runtergefahren ist. Da hätte ich einen jüngeren Spieltrip gekriegt. Das erinnert mich an die guten Elternzeiten, die Polizei hat mir öfters, immer wieder öfter zu sein unterwegs. So, sagen wir mal, die Gleichschaft ist genial, also, das hat mir das Gefühl gemacht. Sonst soll ich den Sachen reinhacken. Ach, ja, Urlaub ja auch mal ganz schön, seid ihr dieses engen Urlaub, jetzt werden wir mal bei Deutschlandrecht machen, wahrscheinlich. Aber nur so da genau zu gehen. Ja. 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 19 Euro geht ja noch. Oh, bei dem Spülsand spielt Geld auch keine Rolle. Dieser Spülsand existiert, seit ich das Spiel habe und der Spülsand ist, glaube ich, dass sie nachher war, wenn ich mich los habe. Nein, nein, das ist das Zweite. Und das ist doch auch die Jahre dahin. Ich bin der Zahne mit einem Fluch. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich bin der Zahne. Ich bin der Zahne. Ich bin der Zahne. Ich bin der Zahne. Ja, habe ich mir gedacht, du bekommst. Oh nein, das war der Klaas. Ich habe ihn auch bei der Arzüge bekommen. Ganz knapp war das. Das ist mein Problem, dass ich hier ein Moment interessiert habe. Ich zeige euch gar nichts. Geht das euch auch so mit diesen Effizienz, dass ein ständig Alarm anschlägt? Ich habe einen Bezug auf den Eben. Ich habe einen Bezug auf den Eben. So, wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt einwagen haben, dass wir das jetzt nicht hinkriegen. So, wollen wir das jetzt nicht hinkriegen? Perfekt, du! Ach, das haben wir jetzt auch mal gemacht. Schön, hab ich noch gar nicht gesehen. So, das hätten wir gesagt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten, als Erstfolge. Ihr werdet dasselbe Prinzip überhaupt machen. Sei es aber noch nicht so genau. Bleiben, sei angemeldet. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao. Euer Sven. Ciao. Ciao. »